Ich freue mich ja so über unsere virtuelle Urlaubspostkartenwand, ja, jetzt gerade vor wenigen Sekunden eingetroffen, vom Jürgen und von der Sabine. Grüße aus 1000 Meter Seehöhe, Sabine und Jürgen und sie haben, ist es die Fußmatte oder ist es, es ist vielleicht, es ist, oh, ah, das ist nicht die Fußmatte, es ist irgendwas, es tut mir leid, ja, wirklich, es ist total schön, ja, aber jedenfalls, da steht es, der, voll fein, wovon überall zugeschaut, ganz liebe Grüße an Jürgen und Sabine, in den allen Blick, wo jetzt vielleicht auch gerade Cha-Cha getanzt wurde und wenn ihr auf Urlaub seid, in der Danceflix App kann man nämlich auch Fotos schicken ins Chat, ja, und der Jürgen hat das genützt, ist ja super, cool.